Ein hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer, meine lieben Freunde, mit der nächsten Wumme, und zwar die S12. Wie man sieht, habe ich hier auch schon ein bisschen gespielt, habe schon was freigeschaltet, und zwar das Reflexvisier. Was eigentlich totaler Mist ist, weswegen ich das gleich wieder wegtue. Hey, Leute, ich könnte eigentlich die ganze Zeit irgendwas anderes nehmen dafür im Moment. Was können wir denn hier nehmen? Immun gegen Conta, don't... Kaltbildlich, ja, sie weichen weniger zurück, werden sie getroffen. Ja, komm, nehmen wir Zähigkeit mit. Ja, passt schon. Kann man denn auch... An der Pistille kann man so ein Reflexvisier raufhauen, auch sehr schön. Naja, auf jeden Fall, was gebe ich zu der S12 zu sagen? Ich finde die ehrlich gesagt, nicht der Oberburner, nee. Ist auf jeden Fall ein automatischer Shotgun, aber nee. Nee, ist nicht so meins. Da fand ich die erste Shotgun auch ordentlich geiler, aber die S12, oh nee. Finde ich nicht so. Sehr schön. So, oben oder unten? Anscheinend oben. Oh Gott, ey. Ich hätte da zwei locker wegficken können eigentlich. Äh, Shotgun und in der Nähe ein Schuss bestimmt oder zwei. Und dann da Unsins, aber... Da habe ich ordentlich versagt. Verdammt. Okay, hier ist nix anscheinend. Was geht hier ab? Wo geht's hier hin? Interessant. Kommt doch gleich bestimmt wieder ein Gegner. In meine Arme. Ah, Drohne nähert sich. Ah, Drohne von da vorne irgendwo. Nebenbein sollten wir auch mal die Stellung da halten. Oh ja. Da hat jemand so ein Verlangsamungs-Scheiß-Teil da hingehauen, ey. Superschön. Dafür sind halt diese Teile richtig ordentlich geil, ne? Du kannst einfach mal die Stellung total da sichern. Denn Feinde haben die Stellung, Herr Robert. Und sowas. Feindliche Drohne nähert sich. Jemand hier? Ja, da war jemand. Oh Gott, Alter. Kommst du einmal rein, ey? Was machst du denn hier von einem Krach, Kollege? Ja. Komm down. Oh Gott, ey. Geht doch nicht mal klar, ey. Kommst du da einmal rein, ey? Und... Geht sofort instant down. Oh, da liegt ja ja jemand. Jetzt liegt er weiter da. Für eine Weile. Ich lauf einfach mal wieder den Weg hier. In der Aufnung gleich kommt ein Gegner. Zu mir. Ah. Der hatte ein Messer in der Hand. Von hinten vielleicht irgendwas? Ja, von da vorne irgendwo. Oh, da war gerade einer. Alter. Hey, geht nicht mehr klar. Von wo? Von da vorne irgendwann? Da ist jemand. Da ist einer. Bleiben Sie stehen! Na komm, guck runter. Hinter mir ist auch noch irgendwo einer. Alter. Das nächste Mal will ich einsatz sehen. Wow. Ne, jetzt erwisieren. SMG. Wow, Kollege. Wow. So, langer Lauf. Damit kann man bestimmt auf weitere Distanz punkten, oder? Wartet so. Ja, er hört die Reich weiter. Ole, ole. Aber dafür müssen wir erstmal das draus nehmen. Langer Lauf. So, freuen uns. Ein bisschen Keks. Bonus Chaos Mosh Pit. Vielleicht kriegen wir ja... Hijacked. Oh ja. Hijacked. Mit der Shotgun ist immer gut. Obwohl, natürlich die Shotgun, wie ich finde, nicht so der absolute Oberburner ist. Aber naja, was soll's. Mal gucken. Vielleicht hauen wir da mit der Wumme den einen oder anderen jetzt weg. Haufe ich mal. Könnte das dann jetzt mal losgehen, oder? Aber die S12 sagt mir überhaupt nicht so, wie sie schon gesagt. Naja. Da finde ich wirklich noch die erste Shotgun wirklich geil. Okay, mit der S12 kann man bestimmt mehrere Gegner noch wegholen. Also so... Drei Gegner irgendwie, aber... Weil sie halt automatisch ist. Weil sie nicht nach jedem Schuss irgendwie kurz nachladen muss. Aber naja. Wo müssen wir lang? Rechts oder links? Wo ist dieses kleine Häuschen? Da war's genau. Da hat man eigentlich immer recht gute Chancen mit der Shotgun. Außer natürlich, wenn der Gegner von der Seite kommen muss. Bitte laden nach. Schnell, 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 schnell. Der hatte ein Messer. Der hatte keine Ahnung was. Auf jeden Fall hab ich die Drohne. Ole, ole. Ole, ole. Oh man. Esiro spendet wieder. Kannst du vergessen von der Weite. Kannst du gleich mal abschminken. Wie kommt der denn da nach oben? Ich kapiere... Kein Plan. Ich weiß echt nicht, wie der da nach oben gerade gekommen ist, aber passt schon, Kollege. Passt schon, passt schon. Ah, lauf! Lauf, du Sau! Ach, da war... Shut up, fuck! Naja, komm, reg dich auf. Ja, eingekillt! Hey, 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 hey! Da vorne jemand? Ja, bestimmt gleich. Ich hab doch mal in irgendeinem Part gesagt, ich sollte mir abgewöhnen, hier lang zu laufen, oder? Ja, sollte ich mir. Aber ich hab immer noch einen eingekriegt. Hey, hey! Hey, hey! Alter! Alter, kannst du mal down gehen, Kollege? Ey, ja, klar. Okay, von der Weite ist klar, aber... Kannst du trotzdem mal down gehen? Ah, komm, lauf! Lauf, du Stück! Oh, Mann. Von hinten, sagst du? Interessant, interessant, da kommen sie gleich alle lang gerannt. Sehr schönes Ding. Kam gerade gar nicht mehr klar auf meiner Welt irgendwie. Yeah, werfen wir da in eine scheiß Flugzeugbombe da. Yeah, toll, toll. Das haben sie sogar schon Heli drin, ne? Ganz tolle Ding, ganz tolle Ding. Ja, scheiße, ne? Taktik-Einstieg und so. Hab mich ehrlich gesagt schon kurze Zeit gewundert, was das für ein Teil ist. Alter, guck dir den an, ey! Wenn ich schon so Leute wieder sehe, da könnte ich nur noch abkacken, ey. Ich hab nur mein C4 in die Hand und wirf's an den Mund hin. Und mankel, wow. Die schießen ja nur alle mit Sprengstoff, ey. Alles, was Bumm macht. Alter. Ich steh direkt vor mir und messer, ey. Ich mach höchstens immer ein Kill und dann geh ich sofort down. Oh, guck dir. Ich wollte schon wieder wegrennen, aber nein. Alter, ey. Aber so ein C4-Leger, ey, die gehen mir richtig was auf die Eier, ey. Da können meinetwegen jeder hier so einen scheiß Laser-Visier nehmen. Aber wenn ich schon sowas sehe mit seinem scheiß C4 die ganze Zeit, der das dauerhaft nur benutzt, da... Boah, geht mir auch weiter auf die Eier. Habt ihr gerade gesehen, wie viel Schockladung da deponiert war? Alter, Falter. Ach, von da kamen sie nebenbei nach oben die ganze Zeit. Interessant. Aber ich dachte schon, das wäre ein Gegner, ey. Alter. Tja, ich wollte schon sagen. Ah, fuck it. Fuck it, fuck it. Aber ich glaube, ich hatte auch wieder fast so einen scheiß Stealth-City, ne? Den Drohner hatte ich schon mal eingesetzt und dann war es nicht mehr lange bis zum Stealth-City. War das hier viel grad von uns gelegt, oder wat? Anscheinend. Ist da oben, hier, ne? Ja, hier ist nix los. Hier ist nix los. Da war aber da einer. Sein Messer wieder. Was hier los? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Schön abkacken. War das grad vom Gegner eigentlich oder vom Freund? Ich weiß nicht. Ich dachte eigentlich vom Gegner. Oder? Kein Plan. Egal. Eins weiß ich, dass ich sehr viele angehörtert habe, aber trotz, dass ich noch down gegangen bin. Von hinten. Da jener. Ich schlag dem mal nach, ne? Wenn ihr nix dagegen habt. Kollegen. Er erwartet Befehle. Er erwartet Befehle. Der Drohne nähert sich. Hey. Ich kapiert gar nix mehr. Oh. Oh Gott, Alter, ich wollte grad Messer an. Scheiße. Bleib stehen. Was willst du machen von der Weite? Was willst du machen von der Weite, ey? Und ich wette, wenn ich den ein bisschen angehörtert hätte mit der Pistole, dann hätte er sich sofort umgedreht und hätte mir locker ein Heddy gegeben noch. Dann schießt er einfach durch die Wand. So, macht das dort Spaß. Boah. Lackbussen geht nicht mehr, sagste. Oh, ja. Ey, wie wirklich jeder diese ganzen Scheiß-Drehtminen dabei hat, ey. Ich will gar nicht wissen, wie viel von denen ich schon berührt habe oder daran verreckt bin, ey. Das geht gar nicht klar. Ich krieg aber immer wieder diese Drohne. Immer wieder Drohne, nur Drohne. Immer wieder die gleiche Scheiße. Ja, von hinten ist einer, ich weiß. Ist er da eigentlich immer noch? Oder wurde er ja schon gekillt, kein Plan. Ich weiß nur, dass die von da jetzt kommen. Lade nach, lade nach, geh weg, geh weg. Und lade nach nochmal hier. Kommt er vielleicht von da? Ja, von hinten da kommt er. Boah, ey. Moment, da sind keine Gegner mehr. Kann ich jetzt die Marken einsammeln? Okay, dann sammelt halt hier die Marken ein, auch gut. Jute Ding, Jute Ding. Yay. Also grad. Geht's doch grad recht gut. In Ordnung. Außer natürlich, wenn da 10.000 Leute durch die Wand schießen müssen. Äh, tolle Ding. Ah, fuck it. Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Ist er hier? Nein, scheinbar nicht. Kein Plan, wo er jetzt ist. Ich weiß nur eins, dass da einer ist und ich bin total abgelusen. Oh ja, tolle Ding, tolle Ding. Da vorne ist anscheinend einer. Hey, 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 hey. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Laufen wir mal wieder gleich rüber hier, zu den ganzen Kollegen hier. Ah. Verbündete Vorräte unterwegs. Ach, von hinten, ja komm, alter. Äh, gehst du mir was auf die Eier hier? 36, 23, mit einer Shotgun, die ich überhaupt eigentlich fast gar nicht mag. Shotgun-Nobst, da, da, da. Und selber hat er wahrscheinlich die ganze Zeit nur das Knife in der Hand oder so eine scheiß MP mit seinem scheiß Laser-Visier. Messer-Max war das bestimmt der Kollege, der die ganze Zeit mit dem Messer rumgelaufen ist. Weil sein Name halt Messer-Max ist. Kein Plan. Egal, jedenfalls werde ich ab hier erstmal diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Blackout 2 Multiplayer wieder. Tschakalaka, Masterfucker, bye.